Also wir sind hier gerade an einem Lost Place, man hört im Hintergrund vielleicht solche Geräusche, mehr dazu erzählen wir nicht, damit ihr nicht zu Besuch ist, aber ihr habt vielleicht schon noch Vorahnung und wir gehen jetzt einfach mal rein. Viel Spaß! Alles klar, ich frage mich, ich frage mich mal, kann man was? Hallo? Das ist hier, hier ist ein Eingang und hier drauf, das ist ein Durchkörper. Oh, das ist hier. Ja, aber nichts mehr. Alter, echt eklig, schau dir mal die Suppe nicht aus. Das ist hier, da bin ich nicht von entstanden. Das mit vorne. Alter. Das ist das für ein Öl im Haus. Das ist ein Öl. Öl ist das. Da stehen die Aufmerksamkeit dran. Ach, die Scheiße. Sie sehen, das war das. Das war auch das, was sie gesagt haben. Das ist Treppenhaus. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Guck dir mal diese Tanks. Warte, kommst du mal an. Die Position. Das ist wichtig. Badewanne. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Das ist einfach neu. Angst, die ich irgendwann ansehen will. Hier geht's hoch. Ach je, das war das Bad. Das ist ein Kind. Was ist das denn aus? Was ist das denn aus? Geht's hoch. Ja, ich war jetzt. Jetzt sind sie gleich wieder kaputt. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Wie вел бы я Ok trackです. Warte ich에서도. Okay. Leise, gut hinten. Das ist echt eine Warte. Untertitelung des ZDF, 2020 Das hört noch mal an. Das ist halt... Ich muss das ein bisschen... Junge, das ist... Aufgespaldet hier. Der Raum ist komplett auf. Das liegt nicht sehr. Aufgespaldet. Das wäre richtig. Da muss man so neu Presse nehmen. Y-K-K... Ja, jetzt wieder rechts. Aufgespaldet hier rechts. Was ist das nicht? Ein Fenster, was nicht geputzt ist. Junge, also... Digger, Alter, was für Sturz? Das ist auch nicht ein Junge bei diesen Decken, ne? Die Decken, das sieht aus, als wäre das hier gebrannt, ne? Nee, das ist schwarz. Obwohl, ich weiß nicht, das könnte gesonnen. Aber ich weiß nicht. Das ist ehrlich, das ist das Abbruch. Doch, das hat hier gebrannt, Mann. Hätte irgendjemand mal gezündet. Doch, Rot ist das Beste. Dann geben wir noch mal in Höhe, ne? Was? Dann geben wir noch mal in Höhe. Ja. Ja, hier sind drei Seiten. Ja, haben wir die meisten nötige Makine und Fadimusen oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Ich drehe wieder aus. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mein Master habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht habe. Ich weiß nicht. Die sehen uns nicht. Das sind documentiert, wenn man nicht richtig hat. Ich drehe nicht an, dann sieht das hier keiner. So, jetzt geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. Alter, nicht zu leicht. Guck mal. Etage. Alter, was ist das denn hier? Das hat gebrannt. Das ist klar. Das ist halt einfach gebrannt. Das ist isolierend. So spooky. Hier ist es gleich mit dem Grün. Ach, scheiße. Nicht so fest da vorne rausleuchten. Oh, fuck, man. Nox. Wenn jemand auf Toilette muss, also wer Angst hat, da ist die WC-Tür. Warte, da läuft man so drauf. Danke. Ja, danke. Das ist alles so verschärft. Junge. Das sieht so igel aus. Aber von woche? Ich glaube dadurch, genau, dadurch, dass die Piste offen sind, dann sieht das hier halt durch. Ja, offen von mir. Was Neues ist. Der Boden. Die Decke ist schon heiliger. Durchgeschimmelt bis rum. Da geht's noch nicht hin. Ich bin in Einsturz gefahren. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Da sind die Strüte. Ich will einfach nochmal ein höher gehen, ein intus Dach, weil das ist dann das letzte Stück Werk. Ich will hier gar nicht jeden Gang durch. Guck dir mal, die... Deswegen. Oh Gott, das ist aber schon fertig. Das Dach geschossen, das sieht man auch in die Löcher. Wir aus dir sicher sind, ob wir das unbedingt untertreten wollen. Gibt es noch eine zweite Etage? Nee. Dann lass mich mal rein. Ich rede. Das geht aus. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Alter, das ist krass. Sieht so aus, als wenn hier mal jemand gewohnt hat, beziehungsweise gelebt hat. Hier hängen einfach Hosen. Wieso hängen hier Hosen? Ist doch verlassen, oder nicht? Oh, das stinkt hier. Alter, Max. Keine Ahnung. Hier sieht das so aus, als wenn hier noch irgendwelche Leute leben. Alter, das stinkt hier. Alter Schwede. Oh, das stinkt hier. Also hier ist jetzt nichts mehr Großes. Großes. Das ist ja so. Das ist ja so. Okay. Also hier ist ja so. Das ist ja so. Oh, was steht denn da? Oh, was ist denn da? Wie viele Pfandflaschen das da hinten ist? Komm mal her, komm mal her. Boah! Was ist denn da, Alter? Okay, jetzt sieht man hier die Auswirkung des Brandes, was wir vorhin schon mal vermutet hatten. Oh, bitte. Mach das Licht aus, bitte. Komm mal am anderen hin, gell? Oh mein... Eine Toilette, die schon länger nicht mehr gereinigt wurde. Alter Falter! Das sieht hier sehr nach einer Toilette aus. Und einer Damen-Toilette. Nee, Herren, schau doch mal hier. Oh, oder doch Herren-Toilette. Das andere Damen... Hier sieht man sogar die Spinnenweben. Guck mal, das muss doch hier schon Jahre lang stehen. Alter, ob die Rohre noch frei sind. Die Maske zu sein. Das muss doch hier schon Jahre lang stehen. Alter, ob die Rohre noch frei sind. Das ist ja lecker. 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 Nee, das ist ja lecker. Das ist ja lecker. Ich bin so nicht zum Ort raus. Nee, ich auch nicht. Pfalzverzwein geopnet. Oh, nice. Verteiler. Hier ist der Hausverteiler. Die Netzwerkversorgung scheinbar. Yo, ey. Ich hab ein Fahrrad gefunden. Ohne Scherz, das ist noch voll gut. Ja, Leute, das war unsere erste Überwextour. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal.